Hallo Max! Wem möchtest du denn mal einen schönen Gruß bestellen? Arnold. Du bist ja auch schon viel zu Mr. Universum gewesen, ne? Wann war das Zwinge? 1993. Leute, nehmen dich doch mal Respekt hier, ne? Das wechseln wir. Und er ist Mr. Maggi-Flasche geworden, die da gerade weg geht. Wie lange machst du jetzt den Sport schon? Seit 1931. Wahnsinn. Zeig doch mal dein Foto. Ne, Leute, dann könnt ihr mal sehen, wie da einer aussieht. Wie fit das ist. Jetzt seht ihr mal richtig krasse Beine. Alter Schwede. Wahnsinn. Respekt. Ach so, guckt durch die Arme nochmal, ne? Ja, danke ich dir. Bis bald und tschüss. Hallo. Ach so. Ach so, ja. Und tschüss. Und tschüss. Stark. Wie war denn das Training so mit Arnold? Ist das hart? Lustig. Spastig. 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 Ja. Was macht ihr? Gymnastik, oder? Bitte? Gymnastik? Nee. Nee. Also ihr trainiert schon Hardcore, ne? Natürlich. Ja, Leute, so muss das sein. Nur Hardcore Training. Nicht immer diese Weichspüler wie in den Fitnessstudios, ne? Die wird auch gepowered. Okay, dankeschön. Tschüss. Ja. 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 Ja.